Also haben wir jetzt 109 Metallen, ne? Ja, okay. Scheiße, ey. Wieso... Demnächst muss ich dann Schiffe finden, die Holz mit sich führen. Wetten? Ah. Das ist halt die Frage, ob ich jetzt schon wieder das eine Schiff angreife oder ob ich jetzt hier reinsegel. Ich denke mal, ich segel jetzt hier langsam mal rein, damit auch mal ein bisschen Abwechslung... Ich meine, mir macht das super viel Spaß, diese Schiffe zu versenken. Das ist echt geil. Zumal man wirklich dann das Gefühl hat, so geil, ich kann jetzt hier endlich wieder was aufrüsten. Wenn ich das Geld hätte, sehe ich gerade auch noch. Tja, ja. Was suchen wir überhaupt? Die San Lorenzo. Du bist die Neptuni. Ach, guck mal, haben wir schon wieder eine Taucherglocke hier. Yay! Tauchen! Ah ja. Ja, ja. Hm. Bist du die San Lorenzo? Warte, was ist das denn für ein Schiff? Hier ist doch die San Lorenzo. Und die hat sogar noch Metall. Geil. Und Holz hat die auch noch. Das sind die Besten. Das sind die Besten. Einschiffen. Feier! Ja! Erfältst Position! Feier! Bereit zum Feuern, Captain! Da, in guter Treffer könnte sie lachen! Feuer! Verrappen, Befehle, Captain! Feuer! Feuer! Quatsch. Geht ihnen eine Bluttaufe! Reft die Taub- und Bramsegel! Ich bin beschädigt! Feuer! Welche Reichweite ist? Feuer! Für... Dein Neben! Bringt ihr Heckran! Das sind keine Gegner für uns! Ja! Ja! Das ist die Verwundbarkeit! Ich gesetzt jeden Zoll sehen! So, jetzt wollen wir das Schiff natürlich! Aber da... Aber da... So! Zieht sie in ihren Untergang! Zehenfeuerfass! Jetzt haben wir Kapitän... Achso, und die Leute töten. Okay. Das kriege ich hin. Ich habe einen Kugelglied verloren. Wir sind nichtmals auf dem Schiff bis jetzt. Boah! Der ist aber angepisst, der Typ, ne? Alter! Das ist ein bisschen frech, wenn er zuschlägt und gar nicht dieses Konterzeichen erscheint. So, also den Kapitän habe ich episch umgebracht. Ja. Und einen Crew-Mitglied habe ich tatsächlich auch gewertet. Oh je! So. Oh mein Gott. Ich musste die Rauchbombe jetzt werfen, um nicht zu sterben. Das wäre nämlich richtig scheiße geworden jetzt. So, damit haben wir auch, glaube ich, die... Eine Marineaufgabe, die wir machen sollten, von dem Fort hier fertig. Wir haben ganz viel Holz und so bekommen. Holz und Metall haben wir bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und natürlich haben wir die Jackdaw mal wieder repariert. Aber eigentlich sollte ich das Schiff ja nicht versenken. Jetzt habe ich das weder versenkt, aber egal. Ist halt so, ne? Ja, jetzt haben wir auch hier alles fertig. Und jetzt können wir hier... Ja, das nächste, was jetzt wird wir anpeilen können, ist eigentlich die Taucherglocke. Weil ich die so gerne mache. Ich will die Beute. Ich weiß gar nicht warum, weil die Feuerfässer bei mir die ganze Zeit voll sind. Ich bin sehr gespannt auf diese Insel, die hier in der Mitte ist. Die hier. Weil das ist... Ich glaube, das ist nicht easy da. Nicht easy. Nein. Aber das wird sich alles zu Zeiten dann geben. Aber natürlich geht hier wieder auch, die Fragmente einsammeln, etc., etc. Aber seht ihr, diese Insel, die hat echt so ein kleines Sperrgebiet. Und ich weiß gar nicht, ob ich die dann schon besuchen könnte. Oder ob ich es eben mit einer Mission besuchen muss. Aber wird sich dann zeigen, wenn ich es ausprobiere. Aber wir machen jetzt erstmal die Tauchglocke und den letzten Scheiß. Und natürlich jedes Schiff, was Metall bei sich führt, wird zerstört. Also geentert. Aber hier sind wenigstens jetzt auch... Irgendwie, ich hatte immer den Eindruck, dass an manchen Stellen... Was ist denn da? Ach, ein Vogel. Der in der Luft hängt. Sehr schön. Ja, süß. Doch, süß. Finde ich cool. Meine Vögel fliegen ja eh, also warum nicht auch nur sitzen? Ne? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, das wievielte Fragment das jetzt war. Schade eigentlich. Weil er hätte mich jetzt irgendwie doch schon interessiert. Aber wir haben echt Bombenwetter gerade. Also wirklich gutes Wetter. Bombenwetter ist ja bei mir immer eigentlich so ein Spruch, wenn das Wetter scheiße ist. Beschießen. Aber diesmal ist das Wetter echt gut. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeig uns dieser Dreck. So, ich sehe vor uns nur Schona. Verzucht diese Seile. Steuerbord. Da treibt etwas Sprachgut. Von wegen nur Schona. Jetzt war noch Holz dabei. Aber wir brauchen auch Holz. Wir brauchen auch Holz. Welche Freunde? Seid er? Jo. Auf dein Zeichen, Käpt'n! Feuer! Ihre Schmachstelle ist ungesetze! Welche Freunde? Ich habe die Freunde irgendwie nicht sehen können. Es ist die Gott, Sir. Das wird sie versenken. Feuer! Sind bereit, Sir. Ich meine, das Entern ist natürlich wirklich immer schwierig. Wir könnten ja auch die ganze Zeit abballern und einfach das Treibgut sammeln. Das ist eine Schmachstelle! Aber ich finde das doof, weil es halt nur die Hälfte gibt. Da muss ich ja doppelt so viel abballern. Aber dann muss es auch einfacher. Aber schwierig. Und wir haben schon wieder... Ähm... Wir haben schon irgendwie wieder irgendwelche... Ich finde das voll cool! Dann müssen wir... Die Kundschaft da töten. Achso. Ja, das kriegen wir hin. Da, ich sehe da einen Feuerfass. Und da ist auch eins. Aber ich treffe die nicht, oder? Nee. This would be too easy. Achso. Scheiße. Ähm! Scheiße, jetzt muss ich mir auch noch nachladen. Na gut. Äh... 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 Ja, wir laden mal irgendwo nach. Damit wir hier hochkommen. Klopp! Hä, was war das denn? Das war so eine Aktion, als wäre ich tot. Okay. Und wieder runter! Hallo! Boah, das sah aber mal episch aus. Noch hat jemand Hilfe. Ich weiß es nicht. Ich überrenne euch jetzt alle einfach. Boah, der hat mich kommen sehen. Das verstehe ihr auch nicht. Edward, ich drücke die ganze Zeit Angriffen, angreifen, angreifen, angreifen Und es passiert nichts Was ist los? Du musst nur noch einen töten Dankeschön Kito Was für eine dumme Aktion war das jetzt bitte? Was für eine dumme Aktion So, was machen wir denn mit diesem Schiff? Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt nichts war Das war, glaube ich, nur eine Brick, ne? Wir reparieren unser Schiff Das nächste Schiff, vielleicht Vielleicht nehmen wir das nächste Schiff wieder auf Aber mal gucken So, wir haben ein Verfolgerschiffchen, ne? Feuer! Feuer! Warten auf dein Zeichen, Captain Ich möchte nur sagen, dass das Schiff Uns angegriffen hat, ne? Feuer! Ach ne, was hat das denn? Heute schlummern sie bei den Fischen, Jungs Kriegt die Hauptsegel in den Wind Näh Komm, ey, für die 50 was Hauptsegel, fahre Setten und Schaft zum Wind ausrichten Ein Kontrafter hier unterbricht Alle Mann auf Pfosten Ein Wrack mehr Feuer! Feuer! Junge Was hat er? Was hast du denn? Hoho, Metall Hä, was hab ich denn da eigentlich markiert? Oh Oh Hoppla Also zur Tauchglocke kommen wir noch Keine Angst Trust me Seht ihr in die Hölle, Jungs? Landkameraden, ihr Vater tot zählt auf uns Vater tot zählt auf uns No Wenn ich fertig bin, sieht's aus wie auf dem Schlachtfest Trinkt jetzt, wenn ihr eure gelben Häute retten wollt Hä, das sind doch gar keine gelben, oder? So, ich baller jetzt einfach nur alle weg Ich hab keine Lust mit mir hier Hä, wir müssen nur nachladen So, fertig Und dieses Dieses Verfolgerschiff Nehme ich jetzt, glaube ich, mal mit in die Crew auf Nur weil ihr Metall bei hattet Sonst hätte ich euch direkt Äh, ne? Direkt in So, unter Wasser Plüpp Versenkt hätte ich euch sonst Oh, meine Nase ist richtig zu mittlerweile So Schön Echt, schon wieder? Ich wusste ja jetzt nicht, was noch 200 Metall Ich dachte, wir sind jetzt über der 200 Metall Grenze Ich guck einfach mal Weil ich sehr verwirrt bin Natürlich Äh, so Hä Huch Jetzt hab ich einen Löffel runtergeworfen Wie kaufen Verkaufen Hä? Was? Ah, hier Tatsächlich Wir können Achso, ne Hä? Wollte schon sagen 350 Wir brauchen jetzt Metall zur Zeit So Wie immer Wir brauchen die ganze Zeit Metall Und dann die Pläne Und ich weiß nicht, wo ich die Pläne herkriege Boah, ich mach so viele Schiffe momentan kaputt Ich weiß nicht Irgendwie, ich dachte immer, die Schoner wären ein bisschen kleiner als sie sind Aber sie sind Größer als sie Ich denke Hä? Was ist das da? Hat Holz und Metall bei sich Hm Hm Ah, lassen wir mal gerade so Alles, was nicht 100 Holz und Metall hat, lohnt sich Voll Der lächerliche Spruch Ah Ist okay So, ach, da ist schon die Tauchglocke Wir müssen ja auch ein bisschen mal was anderes machen Ich mein Auf Dauer, wenn ich mich die ganze Zeit nur diese Dinger abschieße Dann langweilt mich das tatsächlich auch Deswegen, äh Machen wir jetzt auch mal die Tauchglocke Und da hinten ist schon wieder ein Sturm Wartet Ach, ich wollte gucken, was da hinten für ein Schiff ist Mano Nicht sehr nett Animus fragt meine zwei Stück und Truhen sind sieben Ich habe jetzt gar nicht auf den Schwierigkeitsgrad geachtet Ähm Aber ich sehe schon Ehalten Habe ich mich eigentlich schon mal drüber aufgeregt? Ja, ich weiß nicht Ich habe mich schon darüber aufgeregt Wie doof das gemacht ist Dass man, äh Richtung Blickrichtung Oh, scheiße Aber wir müssen aber hier Uh, fuck Die habe ich zu spät gesehen Ähm Wie komme ich jetzt hier am besten raus? Man weiß es nicht Oh Mann, ey Diese Steuerung Die ist so ungenau Mir ist mal übrigens aufgefallen Dass das keine Aale sind Die mich die ganze Zeit in Gebüschen angreifen Sondern Moränen Moränen Äh Da haben wir eine Truhe Oha Da sind drei Haie Okay Warum nicht? Warum auch nicht Also So Äh Einmal hier durch, bitte Wunderbar Und dann wollen wir uns jetzt hier mal Luft holen So Äh Okay Okay Okay, ich schwimme gerade falsch Panik Oder nicht Ja gut Bleib halt irgendwo stecken Ah, hier müssen wir rein Okay Ah, hier ist auch ein Fragment Cool Hä, jetzt sehe ich nichts Fuck Hallo? Fuck Panik 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 Luft Selbst unter dieses Luftfässerchen Kommt er nicht richtig Hä, wo ist denn dieser Scheißschatz? Wieso hat uns der Hai immer noch auf dem Visier? Finde ich jetzt nicht cool Ist nicht cool Ich habe irgendwie den Eindruck Ich weiß nicht, wo der Schatz ist Hä? Boah, was ist Wie tief geht das hier bitte? Ich habe voller Angst Aua Reichser So Jetzt sind wir wieder am Anfang Aua Aua Okay Ach Ach, hier rein? Yo Oh Mann, ey Das war nicht den Schatz, den ich getaggt habe Aber immerhin schon mal einen Schatz Und der andere müsste irgendwie hier drüber sein Okay Oh, Luft haben wir bald auch nicht mehr Hä? Hä? Wo ist denn dieser? Wow Ähm Ja, wir bräuchten noch Luft Äh Luft ist aber da Äh 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 Können wir nochmal zur Tauchglocke schnell zurückschwimmen und da Luft holen? Wäre ganz nett Ja Schwimmen sie auf horizontale Balken zu Ich sehe keine horizontale Balken Wahrscheinlich bin ich gerade dort vorbeigeschwommen Boah Heidewetzgei Ähm Ja Ich Das Problem ist hier dieses Riesenschiff Oh ja, schön Dreckenhai Hallo Gut Gut, gut, dass wir den Balken so umschwommen haben Finde ich gut, Edward Wer braucht schon einen Anschubsauss von dem Balken? Okay, wie kommen wir jetzt an dem Hall vorbei, ohne dass er uns direkt wieder angreift? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ach du Scheiße Geh ins Gebüsch Geh ins Gebüsch Geh ins Gebüsch Schwimm ins Gebüsch Jetzt sind wir wieder bei diesem verkackten Schatz Ich weiß nicht, wo dieser blöde Schatz sein soll Aber ich sollte mich in da nicht so hier verstecken Oder kommt man hier irgendwo noch hoch Aber hier geht's doch nicht weiter Hä? Ach da Boah, war das eine Scheiße Ich sag halt euch Pfff Dieser Schatz Ja, und man merkt Ich finde, man merkt immer im Nachhinein Oh, fuck Ja, ja Da ist ein Hi Hallo Er Deine lasse по Deine Deine Schatz Zeiten 400 icht